Wenn dich irgendjemand verschleppt hat, können wir deinen Standort auf zwei Meter genau bestimmen. So, das müsste jetzt genügen. Vergiss es, ich setz keinen Kinderfahnder auf. Aber man sieht doch kaum, dass du ihn aufhast. Ich geh nicht so in die Schule, was sollen denn die anderen sagen? Daran würd ich gar nicht denken. Echt Döde. Und Entlarm. Mann. Warum musstest du dich entfüllen lassen, Tui? Jetzt sind unsere Eltern am Drücker. Aber ich hab's nicht gewollt. Okay. Endlich geschafft. Oh nein. Schon wieder diese ekelhaften, stiegenden Schlitzaugen. Halt sofort, stehen bleiben Mongolen. Wille du Scheiße aufhören. Halt sofort damit auf, meine Stadtmauer einzureißen. Wir beknackten Mongolen. Das ist Sachbeschädigung, ich... Was bei Mau? Oh, fuck. Oh, Mann, ich hasse diese Mongolen. Ich euch anzeigen. Ihr fette Strafe kriegen, das ich versprechen. Meine schöne Mauer. Verpisst euch, Mongolen. Jyugosa. Ich soll euch fertig machen. Ihr habt letztes Mal meine Mauer eingerissen. Ihr das verstanden? Schlitzaugen. Oh, jetzt ist denen ordentlich gegeben. Eineравствуйте, was ich glaube, ich habe heute immer noch nie. Vielen Dank. Und du hast keine eine Frage, wenn es mir besser geht.